Ja, liebe Schwestern und Brüder, als ich am letzten Sonntag hier in die Kapelle kam, staunte ich nicht schlecht. Unsere Gemeindereferentin hatte mir nichts erzählt von der Aktion, die schon seit zwei, drei Tagen angelaufen war, dass nämlich Menschen aus unserer Gemeinde, dass sie ihre Porträtbilder, ihre Familienbilder uns schicken können und wir sie hier auf den Stühlen in der Kapelle aufkleben. Ein großartiges Zeichen, das uns deutlich macht, wir sind miteinander verbunden, auch wenn wir jetzt nicht physisch miteinander die Heilige Messe feiern können. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Zeichen der Verbundenheit. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie in Ihren Familien in dieser Zeit, die schwierig ist, aber die uns doch neu bewusst werden lässt, wie sehr wir miteinander verbunden sind, wie sehr uns auch der Glaube miteinander verbindet. Alles Gute! Ich wünsche Ihnen alles Gute!